Ich denke, es ist eher ein Vorteil bei dieser Lenkung, dass man keine Vibrationen im Auto hat, die durch Räder übertragen werden, in die Kurve, die Lenkkräfte und Haltekräfte in langgezogenen Kurven, die sind eigentlich nicht da, das geht sehr leicht zu lenken und das kann man, wie gesagt, einstellen. Wenn einer sagt, das geht mir zu leicht, dann ist das mit dem Laptop sofort geändert. Das Auto fährt sich also jetzt richtig toll und hier auf der Solitude war es überhaupt kein Problem zum Fahren mit dem Auto. Nein, es hilft, es heilt ja, es hilft, es heilt die Jungen! Okay, hier ist die Jungen! Kanteine, bitte das Lonk